und damit herzlich willkommen meine freunde zum manhahn 2 wir befinden uns hier vor dem haus müssen wir irgendwie einen weg finden um hier rein zu kommen und schauen ob es uns irgendwie gelingen mag und mal schauen ok mal schauen was uns hier so tolles erwarten werden die ich habe keine ahnung daher lassen wir uns doch mal überraschen warte mal hier kommen die projekte abend hier ok was für ein projekt meint der kollege ich habe keine ahnung was wir machen müssen ok können wir hier durch ok sind wir irgendwie auf dem drogentrip oder so ich habe keine ahnung ich stimuliere jetzt hier alles oh fuck it doodle du freunde ja 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 können wir das aufmachen naja sieht nicht so aus warte mal von dort kommen wir oh oh what alter spukt das hier oh fuck wird ja immer creepiger freunde ich will hier nicht sein scheiß mir in die ose warte mal nur so Oh shit, happened. Okay. Okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Diese Geräusche, Freunde, ist echt unheimlich, finde ich. Oh, yeah. Schauen wir uns noch mal hier unten ein bisschen um. Excuse me. Oh, krasser Dude, halt. Ja, tritt der wie so ein heftiger Gegenkarton. Oh, okay, hier waren wir noch nicht. Oh. Heldau, mein Herr, what the hell? Oh, hell. Warum? ich komme mir hier vor als sollte ich hier nicht sein definitiv nicht vorne ich habe aber irgendwas übersehen aber was? was ist das? okay boah geil, ich schieße noch ein tor ok ok hello man, wo geht's hier noch, hello Und die Tür sehr kompliziert sogar klettern hier waren wir und gehen wir halt noch mal nach unten hier geht es wieder raus hmm Hm. Nice. Now all we need is a syringe. Try the bathroom. Oh, okay. Holy, God. Bencek? wir seien uns im badezimmer schleichen aber hier haben wir auf jeden fall ein paar die wir auf jeden fall ausschalten müssen wie dieser bandido hier entschuldigung war das nur einer oder kommt da noch mehr ich glaub das war nur einer oder vorne ist noch eine ist der längst oder was passiert ich schreibe wohl um zu sein oder keine ahnung gehen wir einfach mal nach oben wir müssen ins badezimmer freunde noch eine etage höher so eigentlich kloppt jungen ich helfe der junge chef der hier das zeitliche zu segnen du jenens du kleine angene okay bad boomer zu hier dann gut nächtler bro ich habe eine spritze und energy gewonnen so können wir noch arbeiten wir sollen ihn ausschalten okay okay execute um watch out danny these assholes mean business gut gut nicht schlecht Was da wohl in dem Koffer ist? Oh, Isolien. Das ist aber nicht für mein Diabetes, oder? Okay, Heroin? Nee, never. Okay, Ghost abgeschlossen, Freunde. Ich würde aber mal sagen, weiter geht es in der nächsten Folge. Geht auf KanubiStick1 oder auf meinen anderen YouTube-Kanal. Mein Markus Sessler, ich bedanke mich für's Anschauen. Bis zum nächsten Mal bei Manhunt 2. Peace.